Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht der Mitte 2, The Age of the Ring Mod. Wir sind hier mitten in einem Kampf wieder. Müssen mal schauen, dass wir hier... Oh, jetzt haben sie schon wieder keine Brüche, ich glaub sie ja kommen. Nicht weglaufen, hinlaufen, Jungs! Eieiei, das ist wieder Chaos pur hier. Dann noch ein... Brauchen wir das nächste her, direkt. Wo soll ich hier noch was hin platzieren? Ich bin voll! Nummer 8, 10 Pikements hier, was hält ich davon? Und hier noch irgendwo in Hütteln sitzen. Was macht denn der da oben? Macht der gerade einen Ausflug oder was? Wir haben keine Zeit für einen Ausflug. Okay, zurück, 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 zurück. Ähm... Summon Shanderoops and Free Horde of Port Shanderoops. Nehmen wir mal das hier. Du hast ein Ziel, mein Freund. Die Ostklinge sind hier. Gut. Perfekt. Scheißegal, ob die drauf geht oder nicht. Die haben bloß ein Ziel. Wir werden angegriffen. Wir werden das fertig. So. Die Ostklinge sind angekommen. Juhu. Verteidig das Lager. Feuer frei. Macht sie wieder kaputt. Was anderes kennen die doch eh nicht. Die haben schon wieder... Alter, die haben so viel Katapulte. Das gibt's gar nicht. Die rücken gleich mal hier vor. Jetzt wird alles vernieselt, was hier vor die Tore kommt. Ich hätte gern vor Schwertkämpfer noch. Das ist schon die nächste Einheit. Jetzt kommen die mit den Katapulten. Der, ich glaub's nicht. Alter, Jacky. Oh, ich hasse die Katapulte. Aber danach, so wuchs kommt eh schon. Irgendwo hier müsste doch Platz sein eigentlich für das Ding zum Spawnen. Jetzt können sie sich mal hier beweisen, ne? Sie zertrampeln uns. Die ganzen Katapulte können jetzt schön kaputt gehen hier. Sie sind ja beide gehörendem Feind. Ja, schickt uns hoch mit euch, ihr Magen. Die Soldaten aus Ruhm sind angekommen. Sie greifen los an. Der Fekt, da kommt immer mehr. Noch eine Händel wäre natürlich genial. Ich weiß nicht, ob sich alles ausgeht, so wie gehofft. Das ist völlig ein bisschen cheating, was ich hier mache, mit dem ganzen Vollbauen bis oben hin. Aber wenn mir das Spiel das zulässt, sehe ich das nicht als Cheating. Weil hey, das Spiel lässt es mir ja zu, ne? Ihr wisst, was zu tun ist. So, macht euch kampfbereit. Wir können jetzt mal sich auf die Nächste. Ich habe nicht schon wieder einen Katapult, ich glaube sie nicht. Das ist schon wieder so ein Dreckskatapult, ich glaube sie kaum. Ihr habt einen ganz bestimmten Auftrag. Nicht weglaufen jetzt, ey. Das wäre so wieder typisch für meine Einheiten. Die so denken, warum soll ich denn jetzt da hin? Klingen! Hoch mit euch, ihr Maden! Seid ihr bereit? Macht keine Gefangenen! Dann können die werden wir vor. Dann lassen wir gleich mal den nächsten Aufschwung von... Rein mit den Jungs. Schauen wir, wie sie da drauf reagieren. Das sind natürlich die Hightech-Soldaten wieder. Ihr habt das ist eine Festung. Eine große Festung. Oh, das wird unangenehm. Feind der Saurans. Hoch mit euch, ihr Paul-Über-Key. Wir werden hier mal eine... ...Macht dich nützlich. Hier gibt der Produktionshalle hinsetzen. Baut! Haltet euer Werkzeug bereit. Die haben wir ein bisschen Geld anbringt. Macht dich nützlich. Menschen des Ostens. Vernichtet sie für Saurans. So, die tun wir gleich wieder auf die einsetzen. Weil das ist unser erstes großes Heer jetzt. Greift sie an! Greift sie an, Jungs! Alter, da hat das Spiel wieder zu kämpfen, ne? Vorwärts los! Sie greifen uns an! Da hat das Spiel jetzt wieder zu kämpfen. Kommt schon, Jungs! So, hier wird die Verlust. Mir nach Ostlinge! Lasst keinen am Leben! Ostlinge, erhebt euch! Die Schadrube, wehren sich aus! Perfekt! Haltet euer Werkzeug bereit! Wenn wir noch einen Momo-Keyl hier raus, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Als gerade den falschen... Ne, habe ich nicht. Habe schon gedacht, ich hätte jetzt den falschen. Los! Jetzt da rein! Jahu! Jetzt ist dann natürlich noch ein Katerpult irgendwo. Jetzt mal schämen wir mal hier an und schauen, dass wir ein bisschen Schaden machen. Hier drüben sind sie auch! Wir sind jetzt nur durchkommt. Aber okay. Wir haben die Rüstkammer erweitert. Ihr werbt nicht, der Fauler! Da ist der Gollum! Er entkommt! Der Feind! Nein, das hat ja noch nicht! Sie haben die Dringen! Jolo! Natürlich jetzt auch Vollangriff! Jetzt ist nicht mehr zu spaßen hier. Das bringt mir nix. Ich brauche feier aufs Oredunen und hoffe, dass das so funktioniert. Schauen wir mal, wie gut sie hier wegkommt. So, und jetzt hat er... Ah, nee, das gibt... Die bringen wir doch hier unten nix, oder? Als ob die hier unten was bringen. Jetzt geht ihr nach Hause schnell. Das ist noch so ein dreckiges Katapult. Oh Gott, wo kommt das jetzt schon wieder? Ich glaub's ja kaum. Zwei Mumba-Kills. Instant Befehl. Wo sind wir denn hier? Ihre Hoffnung schwindet! Ostling erhebt euch! Ich sammle! Haltet die Formation! Ein bisschen nach oben. Wir kämpfen für Mordor! Na ja, der Kissen. So. Ein bisschen mehr Blick daran. Perfekt, der Ring ist ihm... ...in unserer Hand. Perfekt. Oh! Geil! Wir können uns den Ring holen. Yes! Jetzt wird geräumt hier. Jetzt haben sie absolut keine Chance mehr. Sie können jetzt ein bisschen aufräumen. Also bald wir den Ring draußen haben und... ...das her steht, ist alles over. An eurer Einstellung! Der Feind! Verteidigt das Lager! Seid bereit! Der Olifact ist kampfbereit! Wieder mit den Westen! Waffen! Aus dem Weg, schnell! So. Jetzt alles schnell fertig kaputt machen, was hier in Katapulten dasteht, ne? Was sind die denn da, die ganzen Reiter? Was sind sie denn sonst alles da? So. Jetzt werden wieder ganz viel Orks ausgebildet. Was sind das Ork-Arches? Wir werden angegriffen! Schnell! Wir brauchen Orsstoffe! Noch mehr Urugs kommen aus den Gruben! Ich hab doch gerade den Punkt gehabt. Eine Ork-Arbe kommt aus den Gruben! Wir sind fertig! So, jetzt wird mal... ...wird hier mal aufgefüllt, ne? So, jetzt steht hier alles sinnvoll. Wir werden uns alle abgezogen, damit wir unten geschaut arbeiten können. So, hier steht natürlich dezent viel Einheiten jetzt. So, hier steht hier... ...zuhören! So, hier steht die neue Klinge, den neuen Olifanten in Marsch! Damit wir dem mal davor rücken können. Macht euch bereit! Wir greifen uns an! Macht euch kampfbereit! Aufwachen! Wir müssen jetzt im Marsch-Befil geben. Schauen wir mal, ob die ganzen Einheiten da durchkommen. Ich bin gespannt. So. Jetzt können wir uns auch das hier holen. Das wird in der Entfestung richtig viel Spaß machen. Hallo! Hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber es hat ein bisschen Schaden gemacht. Und das reicht ja schon mal für den Anfang. Sie müssen ja nur wissen, was auf sie zukommen kann. Hallo! Hallo! Die wissen überhaupt nicht, was auf sie zukommt. Die haben noch gar keinen Plan, was eigentlich auf die jetzt zukommt. Und sogar schon sehr, sehr bald. Sehr, sehr bald! Wir haben hier noch ganz viel Billig-Orbs raus. Einfach, um immer den Arbeitsplatz vollzufüllen. Der Plan ist ja jetzt im Grunde einfach zu überräumen. Einfach zu überräumen. Das macht natürlich nochmal extra Spaß. Die Musik passt da natürlich jetzt auch gut. Aber Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr alles unbedingt einen Daumen nach oben da habt, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao! Ciao! Outro